Bon Suave Muchachos! Herzlich Willkommen zurück und schön, dass wir eingeschaltet haben zu Rainbow Sixie Direct auf Café Dostoevsky unterwegs zusammen mit Mabossa und OP-Killer Hallihallo Bra! Servus! Was geht? Mit Back unterwegs! Die sind eh Bahnhof, denk ich mal Bahnhof oder Bahnmuseum, man weiß das nicht Nennen wir es Bahnhof Wir kicken mal, wir haben auf jeden Fall Muchachos im Team Bon Reis! Nur der Caps Lock Bon Reis ist der wahre Bon Reis So ist das Muchachos Bon Reis Da haben wir Herr Beast Er ist auch ein Muchacho Ist das sogar tatsächlich? Er schreibt es dir Bon Reis nach Das internationale Erkennungszeichen für alle Muchachos ist Bon Reis Das wird eingeführt Oh Hurra! Huah! Okay, Bennett ist anscheinend hier oben Huah! Er wird nicht bekommen! Lass mich jetzt! Oh! Weihnachtsmarkt Spawn Er ist gerade wieder unten gelaufen Alter, hier sind drei Leute! Drei Drohnen habe ich hier! Toll! Wenn ich der einzige, der eine Drohne irgendwie gut platziert hat Naja, ich habe gerade so überlebt, ne? Also, ich habe meine Drohne gerettet Ich habe meine Drohne auch vor dem Battle gerettet Ja, aber ich habe cool meine Drohne gerettet Wo kam hier gerade was rausgesprungen? Bei mir auch gerade Hat der da gerade ein Fenster aufgeschlossen? Ich glaube schon, oder? Da oben, da oben, da oben Ich sehe ihn aber nicht Ja, das Fenster oben wurde von uns gerade aufgeschlossen Da ist kein Arsch, also Hier ist gerade noch alles free Ich fahr jetzt mal zu wide Oh, hier ist Vigil! Bestimmt! Ja, hier ist ein Ausschlag von Vigil Jetzt ist die gerade ein Launch Ja, da habe ich ihn markiert Er ist jetzt wieder rausgerannt Ich habe ihn nochmal markiert Er rennt jetzt Richtung Skylight Dann droppe ich mal einfach Wo ist er? Warte, ich bin rausgegangen Ich habe ihn gerade gesehen Er ist in der Bar Vigil, Vigil im Bar Vigil im Bar Doc ist hinten in der Lobby Dingerbomb Da ist der Leip Okay Eko, ich checke Rhett ab hinter dir Der, der ist hier Der ist genau vor mir, aber Warte, dann muss ich ihn rauslocken Warte Nein Warum jedes Mal, Alter Eine Millisekunde, bevor du ihn sehen kannst Kommt er und kriegt mich Und keiner von den anderen Was? Das frage ich mich auch gerade Ich dachte, irgendwer hat noch Whiteslays oder so unter Kontrolle Nein, keiner kehrt, Alter Ich habe auch gesagt, dass der Vigil da ist Alle machen die Drops auf, keiner interessiert Einer ist da unten Markiert Sehr schön Sehr schön Das war der Vigil, da habe ich auch noch in das Fiste aufgekommen Jetzt nochmal drohen, oder? Komm hin, komm hin, komm hin Ja, Chimney, Chimney Oh Ah, er kommt schon Jawohl Sehr schön Ja, naja, reagiert Eigentlich nicht Schöne Kills, OP-Killer Sehr schön Hat er uns den Sieg verschenkt, auf jeden Fall Wichtige Kills Verschenkt oder verschafft? Verschenkt Er hat uns den Kehl geschenkt Wo gehen wir hin? Wohnen wollen wir Ja, das ist eine gute Frage Wollen wir jetzt die Gartenlounge machen? Ich hätte richtig Bock mal auf Küche Weil das ist richtig Antimeter wieder Ja Ähm, ich überlege gerade Michael Pult Was könnte ich auf Küche zocken? Dann müsst ihr aber auch Küche jetzt picken, bitte, sofort Ja, ich weiß auch nicht, was ich zocken sollte Dann wähle erstmal Küche Dann Kein Plan Dann lass uns mal Küche gewinnen Okay Hoffentlich, äh Derbe ich diesmal nicht Ohne Kill Derben schon Aber nicht ohne Kill Das war auch so Ich hab dreimal in die Bar gepinkt Ich hab Büchseil gemacht, dass wir schon in der Bar ist Naja, egal, wir haben gewonnen Ja Eine Drohne hab ich Zwei Drohnen hab ich Sehr schön Neue Drohne Drei Drohnen Ja, die letzte Drohne ist bei mir draußen hier Mit Westen Okay So, die letzte noch mal im Raum Nein, mach Hör auf Habe ich kein Profi-Einstellung an oder was? Doch, hab ich Häh? Peace Komm von Kitchen window, wie es aussieht Okay Sehr schönes Schild, Diko A try Kaffee hinten ist noch niemand Jetzt kommt Kaffee was rein Also, Dreckerei Oh, bis zuerst war noch einer Oh 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 Und zu, nein, da kommt noch einer, da kommen alle drei, alle durch Küche. Kommt da jetzt jemand bitte? Da kommt Ash. Bis jetzt kommt noch nichts. Ein Gegner verbleibt. Okay, das war erfolgreich. Dass drei Leute da durchkommen, ich bitte euch, man, hab ich nie gesehen. Aber ist auch wieder ein bisschen Schwanz von euch, ne? Ich baue da extra meine Verteidigung auf für den Frostkack und dann deft ihr da noch und haut euch da vorne drei Kills weg. Naja, die sind ja auch alle da durchgekommen, ne? Also ich glaube nicht, dass du alles da aufhalten hättest. Natürlich hätte ich da alle aufhalten können. Natürlich. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Jetzt könnten die natürlich auch Küche gehen, die könnten aber auch nach oben gehen. Die könnten aber auch wieder Bahnmuseum gehen. Ich nehm Thatcher. Also eigentlich ist everything open. Ich nehm Thatcher. Dann, äh, ich bleib mal bei Termite. Ach, wobei eigentlich, auf Termite haben wir den geilen Hot Rods-Game, deswegen. Gehen die bitte Küche? Küche wär super sexy mit Termite, aber kriegen sie nicht. Was denn eigentlich, wenn ich mit Thatcher Nathan Vigil treffe? Kann er sich dann für 10 Sekunden oder so nicht, äh, umwandeln? Er kann sich dann... Du fängst gerade an zu küsseln. Und ja, er kann sich dann... Ich weiß nicht, wie lange er sich nicht umwandeln kann, aber er ist dann... Seine Tarnwichtung ist dann auch erstmal weggekommen. Oh, sie sind oben. 10 Sekunden bis Gemeinsatz. Gibt Skylight? Gerade. Meine Drohne ist down. Ich spawne wieder Weihnachtsmarkt. Ist eigentlich das safeste. Aber Termite ist auch für Zigarren-Launch ganz gut. Thatcher haben wir auch. Aufseilen! Okay, OP-Killer checkbar. Da sind zwei Leute. Oh, genau da, wo ich eigentlich reingehen wollte. Bei der Pulse ist untergeschwungen. Wow, hab ich mich erschrocken! Alter! Alter! Alter, Herzstillstand! Okay. Ey, OP-Killer, wie sieht es aus hier in der Ecke? Ja, wie bitte? Wie sieht es hier in der Ecke aus? Ich bin hier, da ist... Hier ist der Block! Ich hab ihn markiert! Äh... Hier hab ich ja die Drohne mehr, aber ich bin schnell. Alter, war das Potato. Aber er ist down. Nice, ich komm rein. Geh auch nochmal in die Cam. Ich verbinde einen White-Stand. Ja. Alter, der Raum komplett... Free? Der ist free, glaub ich. Ich hab nichts gesehen. Das war meiner! Das war meiner! Please! Please! Ich hab keinen Hasch gesehen diese Runde. Bin grad von hinten gekommen. Ich hab's gesehen. Hauptsache alle belagern den. Ja, 3-0. Die rasieren wir ganz schnell weg, wa? Mhm. Time to... Lorin? War gar nicht mehr eine Drohne, als du mich gefragt hast. Also meine Drohne war kaputt, glaub ich. Ganz trocken. Wie sieht's in der Ecke aus? Dann kann ich ein bisschen Jolo. Bahnmuseum. Bahnmuseum. Bahnmuseum mach ich Mute. Ich hab ne... Ich hab ne Schlangen... Schlangen-Mute-Maske. Schock mich an. Ach, geh! Schock mich an! Schock mich an! Warte, wo? Oh! Boah! Kobra-Maske! Ich bin Kobra! L! Kobra! Der berüchtigste Terrorist von... P-Nusschen. Die konnte ich nicht abhauen, abballern, sonst hätt ich mein Team-Mate weggeknüllt. Weggeknüllt ist auch ein bisschen das Wort. Kann ich eigentlich... Wenn ich hier rechts und links von der... von diesem Eingang die Luftringen stelle, ist das dann... Gegner! Die Luftfahrgutbehälter lokalisiert. Das würde mich mal interessieren. Weiß nicht, ob das da kurz geht. Ja, schauen wir mal. Oh! Nicht so viel da durchschießen. Ah! Primer wird gestartet. Jemand hat dich im Visier. Oh! Steckt jetzt! Unten ist jemand reingekommen. Wird gedronet. Wippie! Wippie! Könnt ihr meine... Könnt ihr meine Cam gehen? Äh, ja. Genau, links neben dir ist einer. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Und das ist wichtig! Oh! 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 Wir haben niemanden, der gerade deffen kann, der reingehen kann. Ihr müsst von oben runterjumpen. Ich bin rechts und ich rechts bin mit dem Wasser. Ahhhh! Shit! Ich bin leider kurz aufgestanden, deswegen könnte ich nicht mehr durchgehen mit meiner Rübe. Schade Banane! Du warst doch oben irgendwo, oder nicht? Wär es nicht viel kürzer gewesen, wärst du einfach zum Drop gegangen und runtergejumped? Ich wusste nicht, wie viel da noch los ist. Und Ash hat ja, oder wer es auch immer war, den ich gerade umgebracht habe, nach oben gezielt. Das heißt, da wäre ich Insta-Down gewesen. Weihnachtsmarkt! Ich kann fast überlegen, ob ich wieder Jekyll nehmen soll oder Capital. Nimm mal Jekyll. Wenn sie jetzt in der Küche sind, dann äh... Unser Team ist richtig scheiße. Sind sie aber nicht? Badmuseum, again. Again. Mira diesmal! Okay, dann müssen wir auf jeden Fall... Können wir irgendwas da zum Ausspringen nutzen? Ash? Ash, oh geil! Oh... Oh... Welcher Bastard hat er denn von meiner Cam aus markiert, Alter? Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Biogefahrbuchbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Go! Legion ist immer nach oben. Lesion und Kapkan sind oben. Ja. Kapkan oder Lesion sind in der Bar. Ne, Lesion ist doch im Raum. Kapkan müsste in der Bar sein. Ich werde oben durch Skylight gehen. Skylight? Dann checke ich mal kurz. Eben kurz Freezaun. Ne, hier ist Kapkan. Ja. Hey. So, was habe ich gerade zum ersten Mal gesehen? Gehen von der Drohne, die über dem Schall schwebt, so Schallwellen weg? Ja. Was ist das Ding der Leihensinne? Ja. Voll. Hast du noch nicht gesehen vorher? Ne. Oh Gott, das wäre fast falsch gewesen. Okay. Wo ist der Kapkan hin? Kapkan markiert. Oh. Scheiße. Ich einen dummen Engel da. Mira ist vom Mirror Window. Aber ihr könnt sie up-aimlen. Hier ist eine... Mein Fetcher nehmt mich. Hier ist ein Nitro Handy irgendwo drunter. Ja. Fuck you. Wow. Hat der mich gesehen? Ich habe sie glaube ich verletzt. Ich habe sie glaube ich verletzt. Mira ist verletzt. Bin. Bin. Hast du noch eine Drohne Deko? Ja. Da ist noch irgendwo einer an der Decke. Ja, Mirror Fenster. Aber da über dem Mirror Fenster. Jawoll. Wow. Ja. Sehr schön. Klar, 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 klar. Ich wollte doch sagen, passt auf wegen dem Drohnschlitz. Aber darauf ist noch nicht gekommen. Zum Glück. Wir brauchen einen GG hier. Das war keine sonderliche Glanzleistung. Muss man sagen. Aber Kills sind gefallen. Haben wir geschafft. OP-Killer MVP. Von OP-Killer war es das eigentlich. Easy. Gut gespielt. Pack. Zack. Alpha Pack. Ich bin mittlerweile bei 53,5%. Uh, knapp. 30%. Und ich habe eins bekommen. Alpha Pack in mein Tasch. Muchachos, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.